Hallo und Willkommen zurück zu Sonic Advance. Tja, mit Tails noch auf der Suche nach dem letzten Chaos Emerald. Und ich hoffe, dass wir ihn jetzt gleich bekommen werden. Ich weiß jetzt, woran ist. Und deshalb immer versuchen, oben zu bleiben. Denn oben ist gut und nicht so. Zack. So. Zack. Das war gut. Vor allen Dingen gut ausgewichen. So, jetzt hier hoch. Ja, blablabla. Nicht, dass ich schon zu weit bin. Da muss ich aufpassen. Aber hier war es glaube ich noch nicht. Hehehe. So. Ahja. Jetzt kommt erstmal das. Jetzt aufpassen. So. Hier ist ein Checkpoint. Zack. Zack. Und hier geht es nach oben. Und hier haben wir die Sprungfeder. Na dann, aufgedert. Und der Emerald State 100 ringen, gleich am Anfang. Heiliger. So. Nein. Okay. Schnelle Reaktion ist hier gefragt. Okay. Hälfte haben wir. Nice Technik. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Na, das war's dann. Genau. Nochmal. Ich werde allerdings nicht mehr so lange aufnehmen, denn ihr habt ja sicherlich gemerkt, du hast ja sicherlich gemerkt, dass die Videos unregelmäßig kamen. Und aufgrund der Tatsache, dass Camtasia mir ein bisschen Ärger bereitet hat. Aufgrund der Länge wurde die Aufnahme zu groß. Und ja, da sowieso noch schulzelt ist, war das grad blöd. Okay. Okay, 85. Ach, wieder nicht. Nochmal. Start. So. 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 Zuerst dort. Jetzt hier. Jetzt dort. Und da oben. Da oben. Hier unten. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. so was oh nein verdammte Hacke nochmal so hier jetzt oh nein so gut 60 nein 96 nochmal das muss jetzt gehen besser das sollte jetzt gehen wäre natürlich günstig 74 man warum ich begreif's nicht ich begreif's nicht hm 51 75 87 nein warum geht denn das nicht 31 ja schön ich begreif's nicht mache ich zu früh zu spät keine Ahnung so na was war denn das ne reicht nicht aus aber wir haben's so jetzt geschafft 102 haben wir noch mal ich